Hallo liebe Dinosaurier-Freunde, es ist endlich soweit. Der erste richtige offizielle Trailer zu Jurassic World. Ein neues Zeitalter wurde veröffentlicht und ich habe mir diesen angeschaut. Los geht's mit dem Video. Ja, das lange Warten hat endlich ein Ende. Nachdem wir im Herbst den Prolog-Trailer zu sehen bekommen haben, hat jetzt Universal den offiziellen richtigen Trailer zu Jurassic World ein neues Zeitalter veröffentlicht. Mich hat der Trailer jetzt ein wenig überrascht, denn ich war gerade in Umbauarbeiten hier im Studio zu Gange, als dieser Trailer herauskam. Daher kommt auch das Video jetzt hier ein klein wenig später. Normalerweise hätte ich das sofort aufgegriffen, aber ich musste hier erstmal das Chaos beseitigen, damit ich überhaupt Videos machen kann. Wenn ihr den Trailer noch nicht gesehen habt, ich habe euch den mal unten in die Videobeschreibung gepackt. Schaut euch den als Dinosaurier-Fans auf jeden Fall an, ist sehr empfehlenswert. Schauen wir aber mal in den Trailer rein und wir besprechen den mal Bild für Bild, beziehungsweise schauen einfach mal, was uns hier in dem neuen Film erwartet. Wir beginnen mit diesem ersten Bild. Es ist eine verschneite Winterlandschaft, in die uns der Trailer einführt. Durch diese Landschaft schreitet eine Herde Parasaurolophus und kurze Zeit später sehen wir, man könnte sagen Cowboys, Schnee-Cowboys und es ist hier Owen, der auf einem Pferd sitzt und dieser Herde nachstellt. Und der Regisseur Colin Treirovo hat ein Bild gepostet auf Instagram, welches nämlich für diese Szene als Inspiration diente. Das zeige ich euch hier nochmal kurz, dieses Bild, das also Cowboys Dinosaurier nachstellen. Ich finde, das ist mal eine ganz andere Variante. Obwohl es natürlich Warmblüter sind, muss ich sagen, ist es sehr ungewohnt. Also ich bin halt Dinosaurier in tropischer Umgebung gewöhnt und ich muss mich erstmal an dieses Bild gewöhnen, Dinosaurier im Schneegebiet. Offensichtlich gelingt es auch Owen Grady hier, einen der Parasaurolophus zu fangen. Das zeigt also, dass Owen immer noch Ambitionen hat, die Dinosaurier in gewisser Weise zu zähmen oder eine gute Verbindung zu ihnen aufbauen kann. Parallel zu dieser Intro-Sequenz in dem Trailer hört man die Originalstimme von John Hammond. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen, als ich diese zarten Worte von diesem mittlerweile verstorbenen Schauspieler beziehungsweise auch im Film, beziehungsweise im Franchise ist John Hammond ja ebenfalls verstorben, gehört habe. Und ich muss sagen, ich habe mich richtig gefreut, dass man hier die originalen Audio-Sequenzen aus Jurassic Park verwendet hat. An einer Stelle hört man allerdings, dass es nicht komplett die originale Stimme von John Hammond war, da hier die letzte Sequenz, also der letzte Satz, den John Hammond sagt, das Leben findet einen Weg, hier von einem anderen Synchronsprecher verkörpert wurde. Wenn man eben genau mal die Ohren spitzt, dann hört man, dass es da einen kleinen Unterschied gibt. Aber ich muss trotzdem sagen, es haben sie gut gemacht, also es fällt kaum auf, dass es ein anderer Synchronsprecher ist. In der nächsten Szene sehen wir ja wahrscheinlich Holzfäller, beziehungsweise eine Art Baustelle. Und hier ist es Maisie Lockwood, die wir hier zu Gesicht bekommen. Auch sie ist wieder Teil des neuen Films. Mittlerweile ist sie ein Stückchen größer geworden und ist nicht mehr ganz so kindlich. Und in der darauffolgenden Einstellung sieht man auch, worauf sie schaut, nämlich auf einen Apatosaurus, der ebenfalls in einer Schneelandschaft unterwegs ist. Und es zeigt uns halt, dass die Dinosaurier sich wirklich über den kompletten Kontinent, also Nordamerika, verteilt haben. Auch wenn man das Ganze mal ökologisch betrachtet, wie dieser riesengroße Pflanzenfresser da in dieser Umgebung zurechtkommen soll. Naja, auf jeden Fall, das Leben findet einen Weg. Die nächste Kameraeinstellung hält eine große Überraschung parat. Blue ist Mutter geworden, beziehungsweise hat ein Jungtier bekommen. Und viele werden sich jetzt fragen, wieso hat denn Blue auf einmal ein Jungtier? Hat sie da noch irgendwo ein Männchen gefunden, das wir abseits der Kamera nicht gesehen haben? Nein, es wird wahrscheinlich die Pathogenese sein, das heißt die ungeschlechtliche Fortpflanzung. Diese gibt es auch in der realen Tierwelt. Zum Beispiel kenne ich das von Stabheuschrecken. Da können sozusagen auch weibliche Tiere ohne die Anwesenheit von Männchen Jungtiere gebären. Und offensichtlich hat Blue diese Fähigkeit entwickelt. Aus den Leaks zu den verschiedenen Spielzeugen, die unter anderem auch von Mattel veröffentlicht werden, wissen wir, dass dieses Tier auf den Namen Beta hört. Die beiden, Blue und Beta, stapfen hier durch die Winterlandschaft. Ja, es ist sehr eigenartig anzusehen. Ich muss einfach so sagen, es ist komisch. Die Nütze taucht ja im Schnee. Aber ich denke mal, man gewöhnt sich an das Ganze. Und die beiden treffen hier auf Owen und Maisie. Maisie ist offensichtlich immer noch bei Claire und Owen im mittlerweile fertiggestellten Holzhaus eingezogen. Ich denke mal, der Film wird über einen größeren Zeitraum spielen. Denn wir können hier nicht nur die drei Hauptdarsteller in der winterlichen Landschaft sehen, sondern eben auch hier im Sommer. Hier könnt ihr also Owen, Maisie und Claire zusammen mit dem kleinen Beta in der sommerlichen Landschaft sehen. Und auch Blue und Beta haben hier offensichtlich ein ziemlich gutes Verhältnis. Wie auch in The Lost World angedeutet wird, dass eben die Elterntiere zum Teil auch sehr fürsorglich mit ihren Jungtieren umgehen. In der nächsten Szene können wir den Mosasaurus sehen, der hier sich einer recht einfachen Jagdstrategie bedient. Er greift einfach einen Fischkutter an. Also der Mosasaurus treibt, wie wir auch schon in Jurassic World neue Abenteuer sehen konnten, auch weiterhin sein Unwesen in den Weltmeeren. Parallel dazu gibt es wieder mahnende Worte. Und es ist hier Ellie Settler in der älteren Version mittlerweile, die hier mahnende Worte in dem Trailer verlauten lässt. Die sagt so viel wie, dass wir eine ökologische Katastrophe verursacht haben. Also all das sagt sie hier und wir wissen es natürlich, denn Ellie Settler ist wieder mit von der Partie. In der nächsten Szene können wir einer dieser ökologischen Katastrophen sehen, nämlich den Tyrannosaurus Rex, der hier im Autokino sein Unwesen treibt. Diese Szene haben wir schon im Prolog-Trailer gesehen. Die nächste Szene bringt uns wieder zu den Ursprüngen von Jurassic Park zurück, denn wir werden uns hier wieder mehr mit der Paläontologie beschäftigen. Das zeigt uns nämlich, dass Ellie Settler hier bei Dr. Alan Grant während der Ausgrabungsarbeiten auftaucht. Und sie sagt Alan Grant und er sagt Ellie Settler. Als ich diese Worte gehört habe, ist mir echt das Pipi in die Augen gestiegen, könnte man sagen. Also es ist eine absolut geile Szene, denn nach so vielen Jahren die beiden wieder zusammen in einem Film zu sehen, das ist einfach, ja als Fan, ja da geht einem einfach das Herzl auf. Ja die beiden unterhalten sich anschließend auch und Ellie Settler versucht Alan Grant von irgendeinem Vorhaben zu überzeugen, denn sie fragt ihn am Ende dieser Szene, ob er denn nun jetzt mitkommen würde. Ich mutmaße mal, dass es sich hierbei um die ganzen Verstrickungen mit der Biosyn Corporation handeln wird. Wenn man aber in der Szene genau hinschaut, sieht man, dass hier auch wieder ein paar Easter Eggs mit eingebaut wurden. Hier bei Ellie Settler könnt ihr sehen, dass hier an diesem Dokumenten spinnt, ein Foto hängt, auf dem Ellie Settler und Alan Grant aus der Szene von Jurassic Park zu sehen sind, als sie damals eben in Montana die Knochen ausgegraben haben, als dann John Hammond damals das erste Mal auf sie getroffen ist. Parallel dazu gibt es auch eine Anspielung auf den Jurassic Park 3 Film, da wir hier links unten in der Ecke die Resonanzkammer sehen können, die damals Billy Brennan mit dem, ich sag mal, 3D Drucker hergestellt hat. Alan Grant und Ellie sind natürlich ein ganzes Stückchen älter geworden mittlerweile, es sind gut fast 30 Jahre vergangen seit dem ersten Film und der Bart von Alan Grant steht ihm doch relativ gut. In der originalen Buchvorlage wird Alan Grant auch als Bartträger beschrieben, daher passt jetzt dieser Look sozusagen eigentlich besser zu Alan Grant, als das damals in Jurassic Park der Fall war, wenn man nach der Buchvorlage geht. Das nächste Bild zeigt uns nochmal, dass hier die Parasaurolophus gut mit Pferden umgehen können, beziehungsweise dass sich hier so eine Art gemischte Herde entwickelt. Das Leben findet hier auch einen Weg in Form von, dass eben hier die prähistorischen Tiere und die neuzeitlichen Tiere offensichtlich gut miteinander umgehen können, wobei diese Einstellung auch so ein bisschen ein Herderinge-Feeling hat, da man hier natürlich diese weite Ebenen sehen kann mit der bergischen Landschaft im Hintergrund und der Sonne. Also das hat schon so ein bisschen Herderinge-Feeling, finde ich. Ganz im Gegenteil, zur nächsten Szene, hier könnt ihr einen neuen Dinosaurier sehen, nämlich den Terry Zinosaurus, der hier auf Claire Jagd macht, beziehungsweise interessiert an dieser ist, da Claire hier auf allen Vieren durch das Dickicht robbt und sich im Endeffekt dann vor dem Terry Zinosaurus versucht zu verstecken, indem sie in das Gewässer hinein taucht. Warum diese Kameraeinstellung genau gewählt wurde, keine Ahnung. Vielleicht hat der Terry Zinosaurus eine Abneigung gegen Wasser oder kann vielleicht Objekte unter Wasser nicht so gut erkennen. Auch mit von der Partie ist natürlich unser geliebter Chaos-Theoretiker Dr. Ian Malcolm, der hier ebenfalls wieder diverse mahnende Worte von sich gibt, so wie er es auch schon bereits in Fallen Kingdom getan hat. Und auch unser ehemaliger Antagonist aus Jurassic World Fallen Kingdom, Dr. Henry Wu, ist ebenfalls mit von der Partie. Allerdings hat er hier ein etwas anderes Outfit, beziehungsweise auch einen anderen Haarschnitt, womit das zusammenhängt, ob er vielleicht hier irgendwie untertauchen wollte, dass man ihn nicht so gut erkennen kann. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ungewohnt, Dr. Henry Wu hier mit langen Haaren zu sehen. Der Trailer ist auch sehr actionlastig. Das können wir hier an der Verfolgungsjagd sehen, die zwischen Claire und dem Atroceraptor zustande kommt. Claire liefert sich hier eine wilde Verfolgungsjagd mit dem Atroceraptor über die Dächer in Malta. Zumindest ist es in Realität Malta gewesen, da man hier eben entsprechend gedreht hat, inwiefern das dann im Film Malta ist, beziehungsweise was Malta da für eine Rolle spielt. Da bin ich echt gespannt drauf, weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann, warum jetzt auf einmal mitten in Europa da die Atroceraptoren da unterwegs sind, obwohl sich natürlich die Dinosaurier wahrscheinlich eher in Nordamerika tummeln. Hier kommen wir jetzt wahrscheinlich zum Hauptquartier von Biosyn. Zumindest mutmaße ich das so, da wir schon das Logo in den Leaks gesehen haben. Das zeige ich euch jetzt nicht, aber es ist ein rundes Symbol. Das Ganze sieht hier dem recht ähnlich aus, dass es wahrscheinlich hier die Hauptzentrale ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass Biosyn hier wahrscheinlich auch geheime Forschungsprojekte hat. Vielleicht spielt auch die Szene mit dem Tericinosaurus hier in dieser Forschungseinrichtung, da wir hier in der Mitte von diesem Gebäude so eine Art Hof sehen. Vielleicht sind da die Dinosaurier unterwegs. Ich habe absolut keine Ahnung. Was ich allerdings hier kurz vorm Video noch gesehen habe, ist, dass dieses Forschungsgebäude auch in Jurassic World Evolution zum Einsatz kommt. Jurassic World Evolution spielt ja schon in dem Dominion-Universum. Es bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Ich bin wirklich sehr heiß drauf, gerade auf dieses Gebäude, was es damit auf sich hat. In der nächsten Szene ist Alan Grant wieder zu sehen, hier mit seinem alten Weggefährten, seinem Hut. Er schaut etwas bedächtig nach unten. Ich denke mal, dass er hier in einem Helikopter sitzen wird, zumindest wenn man sich die Gurte anschaut. Für mich hat das Ganze hier wieder Jurassic Park 3 Feeling, da er natürlich schon einmal mit einem Flugzeug unterwegs war und das allerdings gerade so heil überstanden hat. Das Winterthema bleibt uns dem ganzen Trailer über erhalten. In dieser Szene könnt ihr einen neuen Dinosaurier sehen, den Pyro Raptor. Und es ist der erste richtige Dinosaurier mit einem ziemlich ausgeprägten Federkleid. Wenn man sich im Hintergrund die beiden Personen anschaut, sieht man, dass es sich hierbei um Kyla und den O'Grady handelt, die hier ja schon im angeteaserten Bild zu sehen waren. Also Colin Trevorrow hat ja das Bild schon entsprechend angeteasert. In dem Video hatte ich schon spekuliert, gegen wen sie da kämpfen könnten. Jetzt wissen wir es. Es ist der Pyro Raptor. Und ich muss sagen, ich hatte immer ein wenig Bedenken, wenn man so die allgemeinen Darstellungen von Dinosauriern mit Federn sieht, dann wirken sie meistens relativ, ja wie soll ich sagen, kückenhaft, sehr vogelartig. Aber man hat einfach nicht so Furcht, finde ich, vor so einem Kücken mit Federn. Die Designer von Jurassic World haben allerdings hier richtig gute Arbeit geleistet. Der Pyro Raptor sieht wirklich sehr bedrohlich und gefährlich aus. Die Easter Eggs zu den vorangegangenen Filmen reißen auch im Trailer nicht ab. Ihr könnt hier in dieser Szene Dr. Ellie Settler sehen, wie sie erst mal in einem ziemlich ähnlichen Outfit, wie in Jurassic Park, gekleidet ist, also ein blaues Top anhat und darüber ein Hemd, was vorne zusammengeknotet ist. Das hat schon ziemliche Ähnlichkeit. Wartet. Hier seht ihr Ellie Settler mit dem rosäfarbenen Hemd und hier eben im neuen Trailer ist das etwas dunkler gefärbt, hat aber doch schon eine gewisse Ähnlichkeit. Die Easter Eggs sind auf jeden Fall vorhanden und wenn das nicht schon genug wäre, dann hat man natürlich noch mal ein Easter Egg draufgepackt, denn schaut euch mal an, wie sie die Brille abnimmt, denn genau so bzw. ziemlich ähnlich hat auch Alan Grant in Jurassic Park seine Brille abgenommen. Wenn man sich die Historie der Jurassic Filme anschaut, dann fällt einem auf, dass natürlich immer Kinderdarsteller mit von der Partie waren. Die Filme richten sich natürlich auch an Kinder, aber auch in der nächsten Szene sehen wir zwei Kinderdarsteller, die hier offensichtlich vor etwas wegrennen. Ob das dahinter Vögel sein sollen, also ein Vogelschwarm, der im Zuge des Schreckens sozusagen auch aufgescheucht wurden, das weiß ich nicht. Vielleicht soll es auch irgendwas anderes sein, das lässt sich im Trailer nicht so richtig ableiten. Ich finde es aber gut, dass man hier eben wieder Kids mit einbaut, obwohl sie im weiteren Verlauf des Trailers nicht noch mal zu sehen sind. Ja, auch Owen Grady hat wieder einen sehr eindrucksvollen Auftritt, denn er darf wieder ein Motorrad reiten, ähnlich wie er es auch schon in Jurassic World gemacht hat. Und wenn man sieht, vor was er wegfährt, ja, dann bekommt man da schon ein wenig mit der Angst zu tun. Es sind hier die Atrozeraptoren, zwei Stück gleich an der Zahl. Ich denke bei diesem Anblick, dass diese Atrozeraptoren wirklich die Badasses in diesem Film sein werden. Also ich denke mal, dass man hier einfach, ja, diesen Schrecken, den die Velociraptoren in den Jurassic Park Filmen hatten, durch diese Atrozeraptoren entsprechend wieder hineinfügen will oder wieder hinzufügen will, was ja die Raptoren einfach ein bisschen verloren haben, dadurch, dass Owen Grady die Tiere gezähmt hat. Finde ich, haben die Tiere ihren Schrecken verloren. Und das werden jetzt die neuen Atrozeraptoren übernehmen. Und wenn Owen nicht schon genug zu tun hätte, vor diesen Tieren zu flüchten, trifft er auch noch auf einem großen Platz auf einen Carnotaurus und einen Allosaurus. Wie die beiden da hingekommen sind, keine Ahnung. Es wäre vor allen Dingen auch interessant, ob das sich bei dem Carnotaurus vielleicht um den Carnotaurus-Toro aus der Camp Cretaceous-Serie handelt. Ob man das sieht oder ob man da drauf eingeht im Film. Das wäre natürlich eine sehr tolle Sache, wenn der Carnotaurus hier die entsprechende Narbe auf der Schnauze hätte. Eine weitere sehr interessante Szene ist diese hier. Hier könnt ihr Owen und Kyla bzw. Claire in einem Flugzeug sehen. Und diese sind gerade auf dem Weg wo auch immer hin und bekommen Besuch. Und Owen fragt, ob das ein anderes Flugzeug sein könnte. Ja, dem ist nicht so. Es handelt sich hierbei um den Quetzalcoatlus, der hier auf dem Flugzeug landet und dieses beschädigt. Er zerstört die Triebwerke und das Flugzeug stürzt offensichtlich ab. Was interessant an der ganzen Sache ist, dass der Quetzalcoatlus offensichtlich sehr, sehr, sehr groß dargestellt wird. Ich habe schon im Internet ein paar Größenvergleichsbilder gesehen. Hier hat man sich wahrscheinlich wieder die künstlerische Freiheit genommen, um die Dinosaurier noch etwas größer und imposanter darzustellen, als sie wirklich in der Realität waren. Das ist nichts Neues. Auch der Mosasaurus ist ein ganzes Stück größer dargestellt, als es in der Realität oder in der Vergangenheit der Fall war. Das hat man hier also auch wieder beim Quetzalcoatlus angewendet. Das Design vom Quetzalcoatlus gefällt mir richtig gut. Ich finde es schön, dass man hier auch diesen Federansatz wieder mit eingebaut hat. Aber dennoch, muss ich sagen, ist er noch als Dinosaurier zu erkennen und nicht als großes fliegendes Küken. Man hat also hier auf dem Hals und auf dem Rücken diverse Federn angebracht. Die Flügel an sich sind relativ kahl. Es ist ein guter Mix zwischen Dinosaurier und Vogel oder Vogelvorfahren. Der Schnabel ist hier in gelb gefärbt. Also das schafft auch eine gute Verbindung zu den heutigen Vögeln, die auch meist oder häufig gelbe Schnäbel haben. Und auf dem Kopf so ein blaues Muster. Also das Design gefällt mir richtig gut, ist toll gemacht. In der nächsten Szene sehen wir einen Dinosaurier, den wir bereits schon in dem Kurzfilm Battle at Big Rock gesehen haben. Nämlich den Nasuto Ceratops, der hier in einer kleinen Gruppe auf Fahrzeuge losgeht und diese auch entsprechend umschmeißt. Warum die Tiere dieses Verhalten zeigen oder ob sie sich hier einfach nur gegen die Angreifer zur Wehr setzen wollen, das bleibt spannend, ist auf jeden Fall interessant. Mich würde auch interessieren, ob das die gleichen Tiere sind, die man auch in Battle at Big Rock sehen kann. In der nächsten Szene sehen wir Baby Blue, der sich hier vor einem Fuchskadaver hinstellt beziehungsweise diesen Versuch zu fressen. Das sieht man jetzt hier nicht im Screenshot, aber unter diesem Fuchs ist eine Art Netz ausgelegt, also eine Art Falle. Irgendwer macht offensichtlich Jagd auf den kleinen Baby Blue und da kurz darauf folgend sieht man dann auch Owen, wie er mit seinem Jeep ankommt, warum das so ist und ob das vielleicht auch wieder Bio-Sinn ist oder Bio-Sinn, die dahinter her sind. Das ist echt spannend. Vielleicht ist es auch die Manta Corporation, die wir in Jurassic World neue Abenteuer kennengelernt haben. In der nächsten Szene sehen wir unsere Maisie Lockwood, die hier, ja, man könnte sagen, eine nicht ganz so angenehme Begegnung mit einem Dinosaurier macht. Sie krabbelt hier offensichtlich eine Art Treppe hoch oder eine Art Gang und an dieser Stelle versucht sie ein Dinosaurier zu fressen. Rein von der Größe her vermute ich mal, dass es sich hierbei um den Giganotosaurus handelt, der hier Jagd auf unsere Maisie macht. Der Regisseur Colin Trevorrow hat in einem Interview gesagt, dass der Film aus zwei verschiedenen Handlungssträngen besteht, die sowohl mit den alten als auch mit den neuen Charakteren besetzt sind und am Ende des Films sozusagen zusammenfinden. Und aus diesem Grund denke ich, dass dieses Bild hier das Ende des Films darstellt. Hier könnt ihr Owen Grady mit Maisie und Dr. Alan Grant sehen, die sich hier in der Dunkelheit bewaffnet haben. Vor welchem Tier sie sich hier versuchen zu verstecken beziehungsweise gegen welches sie hier kämpfen, das lässt sich leider hier aus diesem Bild nicht ableiten. Aber es ist sehr schön, dass man hier in dieser Szene eine Verbindung zwischen den alten und den neuen Filmen herstellt und das Ganze hier eben entsprechend zusammenführt. Nach gut 30 Jahren hat auch dieser Dinosaurier einen neuen Auftritt, nämlich der Dilophosaurus, der hier in Gestalt und Färbung ein wenig sich vom Original unterscheidet, trifft hier auf unsere Claire, die natürlich nicht ganz so begeistert ist von dieser Begegnung. Aber es ist natürlich ein absoluter Fanservice, dass der Dilophosaurus jetzt endlich mal wieder in einem Film vertreten ist. Wir hatten schon einen kurzen Auftritt in Jurassic World Neue Abenteuer. Das war sozusagen der erste Auftritt der Dilophosaurus außerhalb des Filmuniversums. Aber jetzt eben in Dominion sehen wir den Dilophosaurus. Wenn man sich das Bild mal genau anschaut, kann man sehen, dass das ziemlich real aussieht. Und wie man jetzt eben auch noch bekannt gegeben hat, handelt es sich bei diesem Dilophosaurus um eine richtige Animatronikpuppe. Also das heißt, diese Figur ist nicht am PC erstellt. Das lässt das Ganze natürlich nochmal ein ganzes Stück realistischer wirken. Ich habe schon ein paar kritische Stimmen gehört, die hier sagen, ach, der Dilophosaurus sieht ja ganz anders aus. Ich gebe aber immer zu bedenken, dass es sich bei diesen Tieren natürlich immer um genetische Entwürfe handelt, die sich auch im Verlauf der Filme schon geändert haben. Das sehen wir zum Beispiel auch am Design der Parasaurolophos, die jetzt in den neuen Filmen ganz anders aussehen, wie in Die Lost Word als Beispiel. Also das heißt, dieser Dilophosaurus ist einfach eine neuere Version, dieser Tiere. Und damit kommen wir auch fast zur letzten Szene. Ihr könnt hier den alten Cast aus Jurassic Park gemeinsam mit dem neuen Cast aus Jurassic World sehen. Alle sieben Darsteller blicken hier in die gleiche Richtung. Und Ian Malcolm gibt in dieser Szene wieder einen sehr tollen Kommentar ab. Er sagt nämlich, warum müssen die Tiere immer größer werden? Das hängt dann mit dem nächsten Bild zusammen, da man hier sehen kann, dass da etwas Großes aus dem Dickicht voranschreitet. Und wenn man genau hinschaut, dann kann man sehen, dass es sich hierbei um den Giganotosaurus handelt, der hier aus diesem Dickicht hervorkommt. Und bei mir hat diese Szene richtig Gänsehaut hervorgerufen, denn ja, das ist so dieses urtypische Jurassic Park Thema. Wir haben hier Urwald, wir haben Nacht und einen großen, schrecklichen Dinosaurier, der hier auf uns zukommt. Das ist so das absolute Jurassic Park Feeling für mich. Und daher finde ich es auch richtig cool, dass man hier den Giganotosaurus vielleicht so einführt in die Szene, ich weiß es nicht. Und hier könnt ihr noch mal sehen, dass sich sowohl die Gruppe als auch der Dinosaurier gegenüberstehen. Hier seht ihr den Fuß vom Giganotosaurus. Sehr interessant ist dieses, ich sag mal, Gebäude oder dieses hochstandartige Gebilde, was sich da befindet. Was das genau zu sagen hat, ich mutmaße ja fast, dass es wie in einer Art, ja, Aussichtsplattform ist. Ich denke mal, dass die hier vielleicht in einer Art Gehege sind, aber es ist echt spannend. Und mit diesem Gegenleicht mit den Autos, also diese Szene hat auf jeden Fall richtig geile, ja, ah, geil. Und zu guter Letzt sehen wir noch das Jurassic World Logo. Hier in Deutsch ein neues Zeitalter. Und damit möchte ich noch mal den Fokus darauf legen. Es wurde gesagt, oder es wird gesagt, dass dieser Film der Abschluss des Jurassic Franchises ist. Das heißt, der ersten drei Jurassic Park und der Jurassic World Filme, da diese natürlich auch zusammengeführt werden. Aber es wurde auch schon gesagt, dass es auf gar keinen Fall das Ende dieses Franchises ist, sondern wie auch der Titel sagt, es ist ein neues Zeitalter. Das heißt, die Filme an sich sind mit diesem Film abgeschlossen, aber das Franchise wird garantiert weiterleben, da die Filme natürlich bisher alle immer ein großer Erfolg waren. Wenn man vielleicht mal von Jurassic Park 3 ausgeht, der nicht ganz so große Einspielergebnisse erzielt hat. Aber selbst Fallen Kingdom hat doch relativ gute Einspielergebnisse abgeliefert, auch wenn es relativ viele, ja, kritische Stimmen zu diesem Film gibt. Es gibt vielleicht viele Stimmen, die nicht so amused drüber sind über diesen Trailer, aber ich bin echt gehypt. Ich freue mich richtig riesig auf diesen neuen Film, auf die komplette, ja, vor allen Dingen auf die Zusammenführung von den, ja, aus dem Cast von Jurassic Park und World, wie sich das Ganze entwickelt, wie das Ganze zusammenspielt. Und natürlich auch auf den neuen Star in dem Film, den Giganotosaurus. Ich bin hier schon echt, ja, sehr aufgeregt, könnte man sagen. Was haltet ihr von diesem neuen Film? Schreibt mir das doch gerne mal unten in die Kommentare. Schreibt gerne mal rein, was euch gefallen hat und was euch nicht gefallen hat. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dinosaurs, Toys and Merchandise. Macht's gut, euer Dino-Nerd. Tschüss.